Da hinten steht immer noch der Creeper. Ah. Komm, weg mit dir. Ja genau, die Chance hättest du wieder nicht entgehen lassen, du Drecksau. Ein Skeletor. Ein Skelettträger. So. Immer mit Vorsicht. Komm, aus dem Maul hier. Ja, gut so. Ja, musst du wieder in Gruppen auftreten oder was? So, Ruhe hier. Hier kann nichts runterfallen, hier kann nichts durchkommen. Dann hau ich hier mal das Eisen raus. Eisen. Wir gehen eh schon am Zahnfleisch mit dem Eisen. Deswegen ist es mal wieder gut, dass wir ein bisschen eine Ader erschließen. Und ein bisschen was in die Tasche wirtschaften können. Du, Drecksspinnennetz. Ja, eine Eisen-Ader. Komm her, du liebes Eisen. Ich will dich haben. So. Schienen nehme ich natürlich auch mit. Die würden beim Herstellen zu viel Ressourcen kosten. Deswegen ist das eigentlich genial, wenn man die so abbauen kann. Holz können wir uns easy holen, wenn es wäre. Noch ein paar Schienen mitgenommen. Ich weiß auch schon haargenau, wo die hinkommen. Äh, huch. Ist es nicht hier irgendwo runtergegangen? Dachte ich jetzt. Nö, sieht nicht so aus. Aber hier könnte ich weiter. Gehen wir hier weiter. Und da stehen wir auch gleich vor der nächsten Kiste. Und ohne Fackeln in der Hand rum. Äh, huch. So. Ein paar Stickies. So, reingebombt hier. 64 Fackeln. Weggeworfenes Zeug. Wir brauchen den Rotsch schon. Und ein Spawner. Ein Skelett-Spawner. Was haben wir hier? Diamanten, Diamanten. Wir haben Diamanten. So, zack, 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 zack. Yo. Ist schon klar. Ja. Bekriegt euch gegenseitig. Nein, 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 nein. Was habe ich denn jetzt von Nein gesagt? Hörst du auf? Ich töte dich. Dich und deine Schergen. So. Jetzt ist hier Ruhe. Verstanden. So, mir sind hier zu viele Schritte. So, hier mache ich mal so weit dicht. Hier auch. So. Kann hier nichts mehr rein. Ja. Ein bisschen Brot. Redstone. Scheiße. Kakao bringe ich hier nicht mehr rein. Schwarzpulver, Eisen. Schwarzpulver, Sattel. Eimer. Einfach nur genial hier. Und sofort ein Spawner gefunden. Nichts. Ist so genial. Egal. Die Schienen werde ich eh gleich wieder nicht mehr mitnehmen können. Ich glaube, ich gehe wieder hoch. Und bringe, bringe was zurück. Bin ich jetzt zu blöd, hier hochzukommen? Und ohne Schwert rumlaufen ist fast ein bisschen grenztes an Selbstmord. Jetzt hier erstmal lang geguckt. Ich höre hier was. Hier ist was verschüttet. Aber das ist auch gut so. Hier noch ein bisschen Licht gemacht. Dann können wir hier in Ruhe das Eisen raushauen. Das gute Eisen. So. Da ist offen. Cool. So. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder hoch. Und keine Ahnung. Ich beende die Aufnahme für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Mich regt heute alles auf. Nicht Minecraft, aber... Naja. Was sind andere Themen? So. Graut der Morgen oder dämmert es heute schon wieder? Ich mache hier zu. Ich laufe hier zurück. Ins Häuschen. In die gemachte Bude. So. Mach zu hinter mir und sag tschö. Bis zum nächsten Mal. So. Hallo Leute. Da bin ich wieder. Bei Minecraft. Ich habe heute... Hoffentlich wieder bessere Laune als letztes Mal. Und vor allem wenn ich den Diamanten sehe. Dann auf jeden Fall. Den bringen wir lieber mal in Sicherheit. Und wir werden heute wieder mal weiter die Dinger kunden. Die, 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 die. Den Stollen. Wäre jetzt glaube ich nicht so verkehrt. Wie oft gehe ich denn jetzt in die Kiste noch rein? So. Pfeile. Pfeile nehme ich mit. Redstone packe ich hier rein. Im Hintergrund schreibt mein Handy schon wieder. Wieso auch immer. Aber puh. Mir auch Wurst. Pfeile. Kies. Die Shears kann ich mal da lassen. Die Steaks nehme ich mit. Gunpowder kann hier rein. Gunpowder haben wir doch schon wieder ein paar. Oder Schießpulver. So. Erde können wir hier aufeinander pflastern. Eisenerz. Packe ich auch mal hier rein. Aber die Kohle packe ich hier rein. So. Jetzt lege ich mich aber erst mal schlafen. Aber vorher fresse ich ein Brot. Und dann geht es weiter. Und ich nehme wieder in HD auf. Also. Full Size. Denn ich bin mit Minecraft 200 fertig. Hat doch funktioniert. Hat mich selber gewundert. Es hat funktioniert. Ich hatte mir Hilfe ins Boot geholt. Von Icke85 mal wieder. Und von Julia Trin. An dieser Stelle könnt ihr auch mal. auf den Kanal von ihr gucken. Ist ein. Ja. Sie macht auch Minecraft Let's Plays. Ist halt noch leider ein Anfänger in dieser Sache. Aber das wird auch besser. Und ja. So entstehen halt meistens lustige Momente. Also. Also. Wird ziemlich spaßig sein. Wenn. Wenn es da mal rauf guckt. Na. Wo ist die Frau auch nicht abgeneigt. Also. Wenn sie es abnehmen wollen. Immer zu. So. Erst mal die Lage checken. Nicht dass ich hier gleich. Volles Pfund aufs Maul kriege. Nö. Sieht gut aus. So. Dann hole ich erst mal die Kohle hier raus. Wir bauen hier so richtig ab. In dem Stollen. Hoffe ich mal. Weil die Rohstoffe können wir gut brauchen. Ein bisschen Hohlen. Äh. Hohlen. Höhlenerkundung ist ja auch toll. Dann können wir mal wieder hier. Ein bisschen was. An Spannung erleben. Zum Glück passt gerade die Musik. Und es läuft nichts fröhliches. So. Hier habe ich noch nicht ausgeleuchtet. Aber das werde ich so eben mal gleich fabrizieren. So. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Außer gut Ding. Äh. Irgendwie kommt mir. Ne. Sind schon an. So ist ja nicht. Ich schiete hier nicht. So. Also mich kann jederzeit irgendetwas überraschen. Ich hole mal das Eisen aus der Wand. Dann haben wir mal ein bisschen was von. Und die Schiene nehmen wir natürlich auch mit. Ist vielleicht vom Vorteil. So. Weil dann können wir uns ein paar Zugverbindungen bauen auf der Map. Da hätte ich jetzt gute Lust zu. So. Hoch hier. Wieso steht hier ein einzelner Erdblock? Wo kommst du mit? Habe ich den selber platziert? Weiß ich gar nicht. So. Gehen wir hier mal lang. Hier vorsichtig rum gucken. So. Die schaue ich mal kurz weg. Um dich hier hinzustellen. So. So. Eigentlich immer dämlich auf dem Block zu stehen. Wie man gerade unter sich wegbaut. Was kennt immer böse. Ich muss echt die beschissenen Musiken hier raus tun. Die ja mal gar nicht gehen. Wie die hier. Aber ich will hier jetzt nicht an der Playlist wieder rummanteln. Also lasse ich es hier mal durchdüdeln. Ist ja nur 8 Bit Musik. Also die dürfte eh bald vorbei sein. Hoffe ich. So. Ist ein bisschen fröhlich die Musik. Aber naja. Ein bisschen Freude ist ja auch bei so einem Stollen wieder zu erkunden. So. Wie sieht sie aus? Haben wir doch schon wieder einiges mitgenommen hier. So. Hier waren wir schon beim Abbauen. So. Ich hoffe ich übersehe nichts. In der Kiste war ich schon. Ah. Der Spawner. Die habe ich verbarrikadiert. Die Kakaobohnen nehmen wir doch auch mit. So. Kakaobohnen. Kappa. Ach. Den Eimer. Den kann ich mir mal stecken. Einen Weg ins Nichts. Ungewöhnlich. So. Denke ich es mir doch. Ja. Und da kommt schon wieder ein Creeper. Einer ist gut gesagt. Aber voll das Erdloch hier. Was geht denn hier ab? Einfach nur so ein Erdloch. Cool. Hat ja auch was. Ne. So. Ja. Ja. Hier steht schon wieder ein Zombie. So. Und der kommt sicher ums Eck, wenn ich hier die Erde weghau. So. Jetzt mache ich hier ein bisschen Safety. Mein Safety Dance mache ich hier. So. So. Gravel. Kies eher gesagt. Nicht Gravel. Ich darf mir mal die alten Dinge abgewöhnen. Wir spielen ja jetzt auf dem deutschen Ding. Da nehmen wir auch die deutschen Worte für her. Gut. Ich bin jetzt nicht so. Also. Ich nehme auch gerne die alten Begriffe her. Und so kennt man Minecraft. So. So. Eine Axt habe ich natürlich nicht dabei. Außer die zum Schädelspalten. Aber zum Holzspalten, die habe ich nicht dabei. Komm, kloppe ich hier mit dem Stein drauf. Dann komme ich hier auch hoch. Ich hätte auch den Gravel hier wegschaufeln können. Nö. Hier sieht es nicht so aus, wie das weitergeht. Deswegen drehen wir jetzt um. Aber ich nehme die Spaltaxt hier mal in die Hand wieder. Falls ich doch Schädel zertrümmern muss. So. Hier geht es nicht.